Musik Ich heiße Amila Schirbegovic und ich wohne hier seit mehr als fünf Jahren. Und wir sind hier im Helmholtz-Silk-Park im Sonnenviertel. Es gibt Sonnenviertel Ost und Sonnenviertel West und Sonnenviertel West war sozusagen der erste Bauteil, der gebaut wurde, das sind so drei Häuserblocks. Dann kam der Park dazu. Ich bin irrsinnig gerne hier, also es war auch bewusst, weil ich gesagt habe, wir wollen eine Neubauwohnung, aber wir wollen nicht außerhalb der Stadt wohnen oder eben am Stadtrand. Das kann ich nicht, das bin ich nicht. Und insofern war Sonnenviertel für uns damals eben das letzte Viertel, das noch gebaut wird oder Stadtentwicklungsgebiet, wo wir noch eine neue Wohnung kriegen könnten. Musik Ich nutze die Stadt eher so, dass ich das versuche mit dem Alten zu verbinden. Deswegen haben wir auch bewusst eine Wohnung uns ausgesucht, die ganz an der Grenze am Sonnenviertel in der Sonnwendgasse ist, sodass ich das Alte und Neue habe. Also das brauche ich schon. Und der Park, der war so ziemlich eine Brache, als wir hierher kamen. Es gab sehr viel mehr Baustelle. Also jetzt hat man so auf die Art ein bisschen die Baustelle auf der anderen Seite. Man kann das auf sicherer Distanz beobachten, ach wie lustig, wie schnell das alles geht. Aber es war am Anfang nicht so lustig, mit ganz viel Staub und Baufahrzeuge, LKWs mit dem Ganzen zu wohnen. Wobei, die Häuser sind alle, die Innenhöfe sind ja alle Begeber von allen. Es ist diese Stadt der kurzen Wege und die sind nicht geschlossen. Also auch Leute, die nicht in diesen Häusern wohnen dürfen, hier durch dürfen spielen. Und anfangs haben wir uns schon angewohnt, sozusagen in dem mittleren. Also es gibt so drei Häuserblocks in dem mittleren, weil der der größte ist, dass die Kinder dort spielen und da kennt man sich so ein bisschen. Und man hat aber gemerkt, dadurch, dass immer mehr Wohnungen fertig werden, dass diese Innenhöfe so wirklich diese Leute nicht mehr aufnehmen können. Und dann war es so super, dass der Park eröffnet wurde, weil man da halt viel mehr Freiraum hat und es ist viel halt offener und man kann es viel besser nützen. Ich liebe diese Weite, diese Wiesen, also diese Offenheit gibt, dass man halt selber was machen kann und die Räume ganz unterschiedlich nutzen kann. Man hat gemerkt schon in Gesprächen mit anderen Leuten, naja, aber das ist nicht grün und also es ist nicht grün genug und so weiter. Die Erwartungen sind schon ein bisschen anders und da muss man halt irrsinnig viel vermitteln, dass es doch ein städtischer Park ist. Das ist jetzt nicht der Wiener Wald oder der Prater Wald bei der Jesuitenwiese oder so. Also man muss ihn halt wirklich immer noch als einen städtischen Park lesen und wenn man das macht, dann ist das super von den Qualitäten. Und was es halt an dem Park wirklich liebe ist, dass es so vielen verschiedenen Nutzerinnen einen Raum bietet. Am Sonntagnachmittag drei, vier, fünf Gruppen von Jugendlichen hat, die Fußball spielen. Normalerweise diese Konflikte von Jugendlichen und Kleinkinderspielplätzen und das hat man halt in städtischen Parks oft und immer und es funktioniert nicht und der Platz wird besetzt oder wie auch immer. Und hier ist das, es ist wirklich so wunderschön, dass dadurch, dass diese Weite da ist, da können sie sich so Räume aneignen, ohne dass die jetzt irgendwie später oder vorher nicht von anderen auch genutzt werden können. Die Kinder, dass ich wirklich alle kenne und die Eltern auch. Also oft kenne ich halt die Namen von den Kindern und ich kenne gar nicht die Namen von den Eltern, aber ich weiß, wer zu wem gehört und das passt dann auch schon. Das sind halt diese Wiesen, die das ausmachen. In einem in dem gelben Haus ist so ein betreutes Wohnen drinnen von älteren Menschen und die sieht man auch, wenn es noch ein bisschen wärmer ist, die kommen entweder mit Begleitpersonen oder kommen alleine, setzen sich zur Bank hin. Also sogar wirklich so ganz alte Leute, die auch schon betreut werden, die sieht man auch im Park. Diese Thematik, die Frauen bleiben viel zu viel zu Hause, es gibt keine Räume für sie, dass sie sich halt wohlfühlen. Und ich habe das Gefühl, dieser Park gibt irrsinnig viele, also man merkt das, dass die halt doch genutzt werden, weil man vielleicht nicht gleich beobachtet wird oder wie auch immer. Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber so was das, was man halt sieht, ist das irgendwie immer so schön. Ich finde, der Park ist groß genug, dass man sich nicht immer verbreden muss irgendwie. Mir ist mein Leben einfach leichter, weil die Schule gleich um die Ecke ist, weil die Kinder, weil die anderen Eltern meine Kinder kennen und sie sehr wohl alleine spielen können ab und zu. Und ich weiß, dass es jemanden gibt, der dann auf sie aufpasst, sollte was passieren. Also das ist eine enorme Erleichterung auch für mich, weil ich selber berufstätig bin, dass das alles einfach so gut funktionieren kann. Und wenn ich mit den Kindern hierher komme, dann ist das eher so, dass ich mir denke, ich gehe mit ihnen und schaue mal, was passiert. Ich kann wirklich eine Decke nehmen und selber auf der Decke lesen und muss nicht dabei sein.